Ähm, wir sind im Buch der Sprüche in Kapitel 24 und Vers 23, wie gesagt, das ist so, dass wir im Buch schon relativ weit fortgeschritten sind. Wir hatten jetzt einen längeren Abschnitt, ähm, wo wir mehrere Verse hatten, die zusammengehören. Auch jetzt geht es noch weiter. Es werden noch weitere Spruchssammlungen hinzugefügt zu den Ursprungssammlungen, die Salomo geschrieben hatte, werden hier noch angefügt. Weitere Worte von Weisen, auch diese sind von den Weisen, steht hier Vers 23. Also hier werden noch Sprüche hinzugefügt. Dann ab Kapitel 25 Vers 1 steht, auch dies sind Sprüche Salomos, die die Männer Hiskias, des Königs von Judah zusammengetragen haben. Also dieses Buch hat eine längere Geschichte. Ähm, die Sprüche Salomos, äh, waren vollendet, waren zu Ende geschrieben und dann wurde aber auch noch weiter geschrieben, denn das Buch wurde sozusagen in der Familie weitergereicht. Es ist ja die Familie Davids, es ist die Nachkommenschaft Davids, die Könige, die von Gott eingesetzt worden sind und wo Gott gesagt hat zu David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und noch mehr, er hat ihm sogar gesagt, du bist derjenige, der eine, ähm, Dynastie beginnt, mit dem eine Dynastie beginnt. Wenn deine Nachkommen auf mich hören, mir folgen, dann soll für immer einer von deinen Nachkommen auf dem Thron sitzen. So wurden diese Ratschläge, diese Weisheitssprüche immer wieder weitergereicht von Generation zu Generation. Aber wie das so ist, ne, es gibt dann so einige, eine Generation, wo der Nachkomme das Buch empfängt und es eher in die, in, ähm, hier, das Bücherregal stellt und dort verstaubt es sein Leben lang. Und dann, wenn er stirbt, dann entdeckt plötzlich der Sohn, was ist das denn hier für ein Buch? Und dann schlägt das auf und fängt drin an zu lesen und denkt so, wow, das ist ja krass. Von wem ist denn das? Das ist von meinem Opa. Und der Vater hat es nicht wertgeschätzt. Aber der Enkelsohn, der packt es dann wieder aus. Und so ist dieses Buch sozusagen weitergegangen. Und Hiskia war ja einer dieser Könige der Nachkommen Davids, der sich abgewandt hat von den Sünden seines Vaters, von den eigenen Wegen und sich zurückgewandt hat, zu Gott, zu seinem Wort. Und so war es ihm auch ein Anliegen, noch einmal durch das Land hindurch zu gehen und zu hören, zu forschen, ob es nicht noch mündlich tradierte Weisheitssprüche von Salomo gibt, die irgendwo zu finden sind, die noch nicht in dem Buch geschrieben sind. Und teilweise hat er tatsächlich noch neue Sprüche gefunden. Teilweise hat er auch Sprüche gefunden, die schon vorher irgendwo im Buch drin waren. Er hat die dann trotzdem noch mal reingeschrieben. Also das ist dann ab Kapitel 25 nochmal fünf Kapitel. Wir gehen jetzt aber hier in Kapitel 24 hinein, in diese letzten Verse, die hier auch noch mal hinzugefügt worden sind, die weisen Sprüche von Weisen. Und natürlich sind uns die Themen teilweise auch bekannt. Teilweise sind es Erinnerungen. Vielleicht hat Gott aber auch einfach auch ein wichtiges Wort für dich, für mich, für uns als Gemeinde heute dabei. Lass uns hören, was Gott zu sagen hat durch seine Diener, durch seinen Geist. Und Vater, wir sind so angewiesen darauf, dass du durch dein Geist jetzt sprichst und wir sind auch angewiesen darauf, dass du in unseren Herzen wirkst, während wir dein Wort hören, dass du durch deinen Geist uns Verständnis gibst, uns Licht gibst und Erkenntnis über uns selbst und über dich und dadurch, ja, Rettung, Heil, Veränderung in unser Leben hineinkommt. Herr, wir wollen dich hören, wollen diese Gemeinschaft mit dir genießen und bitten dich, dass du uns aufmerksame Herzen gibst. Amen. Vers 24, die Person ansehen, oder nee, Vers 23 ist das noch, die Person ansehen im Gericht ist nicht gut. Wer zu dem Schuldigen sagt, du bist gerecht, den verfluchen Völker, den verwünschen Völkerschaften, denen aber die zurechtweisen, geht es gut und über sie kommt der Segen des Guten. Der König in Israel war ja auch gleichzeitig der oberste Richter. Und für Gott war es unheimlich wichtig für sein Volk, Rechtsvorschriften aufzustellen, wie sie miteinander leben sollten im Alltag. Und er hat auch diese Rechtsvorschriften gegeben, damit Recht geschaffen wird in seinem Volk. Er hat eine Obrigkeit eingesetzt. Er hat Richter eingesetzt. Und der oberste Richter in der Zeit Davids und danach war tatsächlich auch der König. Und so war es wichtig, im fünften Buch Mose wird dem König des Volkes Israel angeraten, oder geboten, dass er täglich in diesem Gesetz lesen soll. Warum soll er täglich in dem Gesetz lesen? Damit er sich das einprägt, damit er davon richtig geleitet ist. Wenn ein Rechtsfall zu ihm kommt, den er entscheiden soll, dass er nicht einfach aus dem Bauch raus entscheidet. Ja, irgendwie hört sich das so an, ja, lass mal so machen. Oder zwei streiten vor ihm. Und das ist das, worum es hier geht. Zwei Streitparteien kommen vor ihm. Und der einen, den kennt er gut. Das ist sein bester Kumpel. Den anderen, den hat er nie gesehen. Und er hört sich die Rechtssache an und denkt so, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt sagen soll. Wer jetzt hier Recht hat, was jetzt gerecht ist, ist mir eigentlich egal. Ich gebe dem Recht, den ich kenne. So sind wir Menschen. Oft urteilen wir in dem, wie wir urteilen, nur nach dem, was wir kennen von der Oberfläche her. Wir durchdringen die Dinge nicht. Wir lassen unser Urteil beeinflussen von Kriterien, die überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und Gott sagt, das ist nicht meine Sache. So bin ich nicht. Es gibt diese wunderbare Stelle, als Gott David zum König salben lässt von Samuel, dem Propheten, und er schickt ihn zu seinen, zu seiner Familie. Und der Samuel guckt sich die ganzen Söhne von Isai an, weil Gott ihm gesagt hat, einer der Söhne Isai hieß, das wird der neue König sein. Und er guckt sich die an und denkt so, boah, der ist aber groß und stark. Also der muss bestimmt der König werden. Aber was sagt Gott dazu? Gott sagt zu ihm, er spricht zu ihm ganz leise in sein Herz hinein und sagt, hey, das ist nicht der, den ich erwählt habe. Der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Er durchdringt die Oberfläche. Und er will das. Er ist kein oberflächlicher Gott. Er ist nicht mit der Oberflächlichkeit von uns Menschen zufrieden, sondern er schaut tiefer, tiefer hinein ins Herz. Er schaut tief hinein in dein Herz, in mein Herz. Er durchdringt die Oberfläche. Deswegen ist es so sinnlos, ein Image von sich selbst aufzubauen. Weil Gott durchdringt das alles. Gott sieht in die tiefsten Innerste, in das tiefste Innerste hinein. Und er möchte, dass Gerechtigkeit entsteht. Und Gerechtigkeit ist noch mehr als Recht. Gerechtigkeit ist, wenn tatsächlich das, was da drin ist, die Motivationen, die das, was im Inneren wirklich vorgeht, wenn das offenbar wird und dementsprechend gerichtet wird. Und dafür hat Gott seinem König Weisheit gegeben. Dafür war Salomo bekannt als weiser Richter, der übernatürliche Weisheit erlangt hatte. Ein Fall wird berichtet von diesen beiden Frauen, die gleichzeitig ein Kind bekommen. Und das eine ist aber dann in der Nacht gestorben und das andere ist lebendig geblieben. Und dann kam sie vor den Richter. Die eine sagt, ja, sie hat in der Nacht mein Kind vertauscht und so weiter und so weiter. Könnt ihr die Geschichte gerne nachlesen im Erste Königebuch über Salomo und sein gerechtes Urteil. Was er gefällt hat, weil er sich von Gott Weisheit erbittet hat und Gott ihm diese übernatürliche Weisheit gegeben hat. Die Weisheit, die eben die Oberfläche durchdringt, die hineinspricht, hineinführt in die Tiefe, die die Motivation des Herzens offenbar macht. Und er hat dann dieses Urteil gesprochen, ja, wir nehmen ein Schwert und schneiden das Kind in der Mitte durch. Er hat jedes eine Hälfte von diesem Kind. Und er hat das nicht gesagt, weil er das Kind durchschneiden wollte, sondern weil er herausfinden wollte, weil Gott ihm gezeigt hatte, durch diese, durch diesen Impuls wirst du herausfinden, wer die richtige Mutter, wer die wahre Mutter des Kindes ist. Nämlich die, die bereit ist, auf das Kind zu verzichten, damit es lebt. Und so war es dann auch. Gott möchte nicht, dass wir oberflächlich richten. Deswegen sagt Jesus uns, richtet am besten gar nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Und wenn wir Dinge beurteilen, dann sollen wir sie beurteilen durch den Geist Gottes, der alles durchdringt. Nicht auf Grundlage von fleischlichen, von persönlichen, von menschlichen Kriterien. Die Person ansehen im Gericht ist nicht gut, wenn du dir ein Urteil bildest über eine Sache, die vorgefallen ist. Streitparteien, die irgendwie, na, irgendwie irgendeinen Streit untereinander haben. Mach's wie Salomo, suche Gott und seine Weisheit. Lass dir von Gott Weisheit geben. Lass dich innerlich reinigen von allen Vorurteilen. Positiv oder negativ. Wir haben unsere negativen Vorurteile. Wir haben ja so und so. Wir haben unsere Vorurteile. Und Gott sagt, hör auf mit deinen Vorurteilen. Richte gerechtes Gericht. Mach dich los. Mach dich frei von diesen Vorurteilen. Ich sag dir, jeder Mensch, jeder Mensch, jeder Mensch, das ist meine, wirklich meine Überzeugung, jeder Mensch ist zu jedem Bösen fähig. Und jeder Mensch ist durch den Geist Gottes zu jedem Guten fähig. Lass uns uns da echt reinigen von allen Vorurteilen, die wir haben. Und nicht die Person ansehen in unserem Ruheurteilen und in unserem Richten. Das ist nicht gut. Wer zu dem Schuldigen sagt, du bist gerecht, den verfluchen Völker, den verwünschen Völkerschaften, denen aber die ihn zurechtweisen, geht es gut und über sie kommt der Segen des Guten. Das ist natürlich auch im Gericht eine Aussage, die das Gericht betrifft. Wenn tatsächlich ein Schuldiger gerecht gesprochen wird, das ist für Gott, Gottes Gerechtigkeit, ist das ein Gräuel. Das ist ihm zuwider. Und es ist auch uns zuwider, oder? Wenn wir irgendwie in der Berichterstattung von einem schlimmen Strafprozess hören und alles ist eigentlich eindeutig. Der Schuldige steht dort vor Gericht und wir alle sagen, ja, der muss eine heftige, ordentliche Strafe kriegen für sein Unrecht, was er getan hat, für all die Ungerechtigkeit, die er Menschen angetan hat. Er muss ein richtig heftiges Gericht. Und dann spricht das Gericht ihn frei aus Mangel an Beweisen. Und du denkst so, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist die Gerechtigkeit? Ja, und das, wisst ihr, das ist aber auch Gottes Herz. Er vermisst die Gerechtigkeit hier auf der Erde, weil so viel schief läuft. Ja, aber weil wir auch so unweise sind, weil wir nicht die Weisheit Gottes suchen, auch in unserem Gerichtsurteil. Wir sind so unweise. Wir haben uns losgemacht von Gott. Wir haben unsere eigenen Gesetze gemacht. Wir meinen, wir wissen es besser als Gott. Wir haben es besser drauf. Und das ist Gott zuwider. Und ja, aber auch den Menschen ist es eigentlich zuwider, wenn es so passiert. Irgendwo haben wir tief in uns ein Gefühl, ein Empfinden für Gerechtigkeit, oder? Wir sind geschaffen als Ebenbild Gottes und dazu gehört, dass wir auch ein Empfinden von Recht und Unrecht haben. Aber wenn wir selber vor Gericht stehen, wie sieht es dann aus? Wenn wir dann freigesprochen werden, aus Mangel an Beweisen, oh, wie sehr freuen wir uns, oder? Obwohl wir es gewesen sind. Wir sagen, ja, danke. Danke, danke, dass ich jetzt frei bin. Aber die Gerechtigkeit, die ist mir dann egal in dem Moment. Bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist es nicht so. Auch wenn wir natürlich, und das ist es etwas, wo wir, ja, was ich, was ich auf dem Herzen habe, mit euch erstmal so ein bisschen durchzukommen. Gott ist ja tatsächlich derjenige, der den Gottlosen gerecht spricht, den Schuldigen gerecht spricht. Scheint sich das nicht zu widersprechen? Lass uns das mal lesen in Römer 5. Das ist die wunderbare, frohe Botschaft für alle, die in ihrem Herzen wissen, dass sie schuldig sind. Die wissen, dass sie versagt haben. Die wissen, dass sie die Gerechtigkeit Gottes auf dieser Erde nicht erfüllt haben. Für alle, die hier sitzen und den guten Schein wahren, ein gutes Image, eine gute Maske aufgesetzt haben, um sich vielleicht sogar selbst zu betrügen. Ja, ich bin doch ganz gut. War so schön, als unser Bruder bei der Taufe beschrieben hat, wie er beim Lesen von 1. Korinther 13 über die Liebe, die Charaktereigenschaft der Liebe, die Charaktereigenschaft Gottes, die Charaktereigenschaft, die wir als Ebenbild Gottes ja auch haben sollten. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe bläht sich nicht auf und so weiter und so weiter. Erst zu Korinther 13. Wie er selber plötzlich zu der Erkenntnis kam, Moment, ich dachte eigentlich, dass ich ein ganz cooler Typ bin, aber wenn ich mich so ganz ehrlich im Spiegel betrachte, ohne Maske, ohne Image, echt ehrlich, dann merke ich, das habe ich nicht. Das bin ich nicht. Oh Herr, ich brauche einen Retter. Ich brauche diese Liebe. Wenn du einer von denen bist, die das tief im Herzen eigentlich weiß, dann gibt es eine gute Botschaft, ein Evangelium, eine gute Botschaft. Für alle anderen gibt es keine gute Botschaft. Ihr müsst dem Gericht Gottes entgegen gehen mit eurer Selbstgerechtigkeit und müsst vor Gott, dem Richter, verstehen und euch rechtfertigen vor Gott über euer Leben. Und da wird der Schuldige schuldig gesprochen vor Gottes Gericht. Da gibt es keine Gnade. Wer hier keine Gnade braucht, der kriegt auch keine. Aber alle, die wissen, ich brauche Gnade, weil ich bin schuldig, gibt es eine gute Botschaft. Hier steht es in Römer 5, Vers 18. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kamen. Und Paulus erklärt es vorher. Das liegt nicht daran, nur weil Adam gesündigt hat, werden wir jetzt verurteilt. Das ist ja fies, das ist ja ungerecht. Nein, Gott ist nicht ungerecht, aber weil Adam gesündigt hat und er unser Vater ist, sind wir auch alle zu Sündern geworden und wir haben auch alle gesündigt. Also wir können nicht sagen, ich habe ein reines Leben geführt und ich werde jetzt nur verurteilt, weil ich ein Sohn von Adam bin. Nein, ich habe selber auch vielfältig, oft schwer mich versündigt. Ja, ich habe ein Leben in der Sünde gelebt, in der Gottlosigkeit, in der Ferne von Gott, ohne Gott. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch das einen Menschen Ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Wodurch werden wir vor Gottes Gericht gerecht. Durch das, was Jesus für uns getan hat, seine Gerechtigkeit. Er hat sein Leben eingesetzt, sein gerechtes Leben eingesetzt für uns Sünder. Und dadurch, durch seinen Gehorsam, werden wir in den Stand in die Position von Gerechten versetzt. Wie gesagt, auf den ersten Blick scheint das zu heißen, dass Gott den Gottlosen, den Sünder gerecht spricht, den Schuldigen gerecht spricht. Du bist gerecht. Genau das ist das Evangelium, was ich euch heute Morgen zusprechen darf, in Gottes Namen. Du, der du schuldig bist, der du ein Sünder bist. Durch das, was Jesus für dich getan hat, bist du gerecht gemacht. Und in dem Moment, wo du das glaubst, stimmt es auch. Wo du es im Glauben annimmst, stimmt es. Du bist gerecht. Deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil Jesus sie getragen hat, weil er die Schuld bezahlt hat. Er ist zum Sünder geworden, obwohl er ohne Sünde war. Damit wir Sünder zu gerechten werden. Das ist das Evangelium. Aber wisst ihr, wir finden das in Lukas. Kapitel 23. Ihr kennt die Geschichte von dem Mann, der neben Jesus am Kreuz hing. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Vers 39 ist das, Kapitel 23, Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Das kann natürlich ein Ausdruck von Sarkasmus gewesen sein, ein Ausdruck des Spottes. Das wird ja eh nichts werden. Kann aber durchaus vielleicht eine Hoffnung gewesen sein. Ja, wenn er wirklich der Christus ist, dann kann er vielleicht mich retten aus dieser Lage, aus dieser Situation. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht. Er hat es ihm nicht durchgehen lassen. Er hing da am Kreuz und war am Verrecken. Aber mittendrin im Sterben am Kreuz und in dieser Gemeinschaft mit Jesus, der mit ihm da am Kreuz hing und starb, ist ihm ein Licht aufgegangen. Er hat erkannt, dass dieser wirklich der Christus ist. Und er sprach zu dem anderen, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er hat eine tiefe Selbsterkenntnis. Ich bin schuldig. Ich habe mich schuldig gemacht vor Gott und vor den Menschen. Aber zuallererst gebührt es mir, Gott die Ehre zu geben und anzuerkennen, dass es die Wahrheit ist. Ja, ich bin im Gericht und das ist richtig so. Gott, du hast Recht mit deinem Urteil über mich. Und auch die Menschen hatten Recht mit ihrem Urteil über mich. Ich bin schuldig und deswegen gebührt mir diese Strafe. Und nicht nur mir, auch dem anderen. Dieser aber hat nichts Unstadthaftes getan. Hiermit bekennter. Ich weiß, dieser, der neben uns, das ist wirklich ein Gerechter. Er hängt zu Unrecht dort. Und jetzt spricht er zu ihm, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das eine ist die Selbsterkenntnis und das Bekenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Dein Zorn ist gerecht über mich. Dein Urteil ist gerecht. Und in einem zweiten Schritt hängt er sich an Jesus und sagt, bitte erbarme dich über mich. Und Jesus spricht ihm zu. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wisst ihr, wenn wir zu Jesus kommen, dann geht es nicht darum, dass er uns aus einer etwas schwierigen Lage befreit, wie der andere Gekreuzigte das gerne hätte, sondern dass wir tief im Innern befreit werden von diesem Zwang, uns selbst rechtfertigen zu müssen. Sondern dass wir das Urteil Gottes annehmen können über uns, weil es die Wahrheit ist. Und wenn wir so ins Licht kommen, dann erfahren und erleben wir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dann erleben wir, dass wir gerecht gesprochen werden, obwohl wir schuldig sind. Dann ist die Gnade größer als die Sünde und der Zorn Gottes über unsere Sünde. Dann erfahren wir Barmherzigkeit, weil Gott barmherzig ist. Wenn wir aber weitergehen mit diesem Prinzip, du sollst den Schuldigen nicht gerecht sprechen, dann heißt es hier auch, denen, die zurechtweisen, geht es gut und über sie kommt der Segen des Guten. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir das tun, was Gott uns aufträgt. Und das ist manchmal nicht bequem. Und dazu gehört, dass wir Schuld nicht einfach dahin gehen lassen. Gott hat auch nicht einfach unsere Schuld. Er hat nicht einfach ein Auge zugedrückt oder zwei. Gott ist nicht blind für unsere Schuld, für unsere Ungerechtigkeit. Gott ist, wie gesagt, er ist darüber tief entzürnt. Es ist ein Gräuel für ihn. All die Ungerechtigkeit, die auf dieser Erde passiert. Und zwar nicht nur die ganze Ungerechtigkeit, außer die, die du getan hast, sondern inklusive deiner Ungerechtigkeit. Und das heißt für dich und für mich, wir gehören alle zu den Schuldigen, die unter Gottes Zorn stehen, unter Gottes Gericht. Aber er spricht uns frei, weil Jesus für uns die Schuld auf sich genommen hat. Er lässt nicht einfach fünfe gerade sein. Wisst ihr, wir hätten das gerne. Wir sind so mit uns selber. Ich lasse gerne, was mich angeht, fünfe gerade sein lassen. Und manchmal mache ich es dann auch mit anderen, dass ich fünfe gerade sein lassen. Leben und leben lassen, nach dem Prinzip. Also du bist ein bisschen gnädig mit mir, ich bin dann auch ein bisschen gnädig mit dir. Aber wir gehen über die Gerechtigkeit Gottes hinweg. Wir machen unser Ding. Wir sind, wir klüngeln. Wir sind so ein Klüngel-Club. Ja, okay. Also ich bin ja auch nicht so der Richtige, aber du ja auch nicht. Also wir lassen uns das beide so durchgehen. Aber Gott lässt es uns nicht durchgehen. Dafür musste Jesus am Kreuz sterben, für unsere Ungerechtigkeit, für die Kleinen und für die Großen. Also Gott lässt es nicht durchgehen. Er hat seinen Sohn gesandt als Opfer, als Sühnung für unsere Sünden. Deswegen gehört es dazu, dass wir, wenn wir Vergebung unserer Sünden empfangen wollen, dass wir unsere Sünde bekennen. Und Sünde bekennen heißt nicht einfach, ja, ich habe Scheiße gebaut, tut mir leid. Sondern heißt wirklich zu Gott kommen und sagen, Vater vergib mir. Ich habe mich vergangen. Ich habe mich gegen deine Gerechtigkeit vergangen. Ich habe mich gegen deine Liebe vergangen. Ich bin lieblos gewesen. Ich bin nicht so gewesen, wie du bist und wie du möchtest, dass ich bin. Ich habe Unfrieden in diese Welt gebracht. Ich habe Ungerechtigkeit in diese Welt gebracht. Ich habe Lüge in diese Welt hineingebracht, die du so gut und wunderbar geschaffen hast. Ich bin schuldig. Und ich habe es verdient, verdammt zu sein, fern von dir. Das ist Sündenbekenntnis, Geschwister. Herr, sei mir Sünder gnädig. Nicht irgendwie so eine Floskel. Ah ja, Mist, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. Jetzt hänge ich wieder drin in diesem Mist. Ah, das nervt. Ich will da wieder raus. Entschuldigung. Okay, jetzt habe ich es abgehakt. Wisst ihr, wenn wir Gott wirklich kennen, wenn wir ihn wirklich lieben, dann erkennen, begreifen wir, dass er die Liebe ist und dass in ihm nichts Böses ist und dass er gut ist. Und dann ist es uns zutiefst zuwider, so wie es ihm zuwider ist, wenn Ungerechtigkeit, wenn Lüge, wenn Boshaftigkeit, wenn Selbstsucht mein Leben irgendwie wieder anfängt zu bestimmen. Das ekelt mich selber an. Und dann komme ich zu Gott und bitte, Vater, reinige mich davon. Ich will darin nicht mehr leben. Mach mich frei davon. Und darauf, darüber hat Gott verheißt, wenn du deine Sünde bekennst, dann wird dir vergeben. Dann nehme ich dir die Sünde weg. Dann reinige ich dich von aller Ungerechtigkeit. Denn das brauchen wir dann, Reinigung. Und das ist das, was diesen Mann am Kreuz ausmacht. Er ist zutiefst überzeugt von der Gerechtigkeit Gottes und dem gerechten Urteil über sein Leben. Aber er ist auch zutiefst überzeugt, dass Jesus, dieser Gerechte, ihn retten kann aus dieser furchtbaren, verdammten Lage. Wie Paulus sagt in Römer 7 am Ende. Wer wird mich retten aus diesem elenden Zustand? Er sagt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, durch den Messias, durch den König, den gerechten König, der sein Leben für meins eingesetzt hat. Der, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Dem gehöre ich jetzt. Ihm alleine. Das ist Bekehrung. Wisst ihr? Und dann ist der Punkt nämlich gekommen, wie wir mit Sünde untereinander umgehen. Und das hat Jesus uns ganz klar gelehrt in Matthäus 18. Lass uns mal da hingehen. Ne, Lukas 17 zuerst. Entschuldigung. Lukas 17 zuerst. Lukas 17, damit fangen wir an. Lukas 17, Vers 3. Da sagt er, habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst. Also lebt nicht einfach so dahin, sondern lebt bewusst. Mach dir bewusst, wie du lebst. Wenn dein Bruder sündigt, so lasse nicht Fünfe gerade sein. So mach nicht die Augen davor zu. Tu nicht so, als ob nichts passiert ist. Kehre es nicht unter den Teppich. So sollen wir als Kinder Gottes nicht mit Sünde umgehen. Nicht mit der eigenen Sünde und nicht mit der Sünde von anderen. Sondern was lehrt Jesus uns? Er sagt, geh offensiv, offen mit der Sünde um. Lebe im Licht, wandle im Licht. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Weise ihn zurecht. Aber weise ihn nicht so zurecht, dass du, wenn er dann sagt, oh nein, was habe ich da gemacht, bitte vergib mir. Dass du dann sagst, nö. Das ist mir jetzt zu einfach. Du musst erst. 15 Ave Maria. Ich sage mal so, das ist der Weg der katholischen Kirche. Aber das ist, wir haben ja auch unsere Arten und Weisen, was wir Menschen auferlegen, bevor wir dann ihnen irgendwann in unserer großen Gnade vergeben. Nein, wenn ich auf jemanden zugehe und ihn von Sünde überführe, ihn auf Sünde hinweise, ihn zurecht weise, was muss ich dann in meinem Herzen schon längst getan haben? Ihm vergeben haben. So sagt Jesus, dass wenn ihr steht und betet und es fällt euch etwas ein, irgendetwas, was dein Bruder dir getan hat, dann vergib vor Gott. Du musst zuerst vor Gott vergeben, damit du die richtige Herzenshaltung hast, denjenigen anzusprechen auf sein Fehlverhalten. Damit du nämlich bereit bist in dem Moment, wo er bußwillig ist, willig zur Umkehr, dass du ihm diesen Weg auch eröffnest. So hat es Jesus immer gemacht. Manchmal ist Jesus sogar noch offensiver gewesen. Er hat einem Menschen, der nichts gesagt hat davon, von seiner Sünde. Er hat noch nicht mal gesagt, ob es ihm leid tut oder nicht. Gott hat ihm gesagt, Jesus hat ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Einfach als Zuspruch. Diese Herzenshaltung, mit der sollen wir, wisst ihr, dieses Zurechtweisen, es geht nicht darum, dass wir jetzt in Selbstgerechtigkeit uns aufpumpen und dann dem anderen mal zeigen, was eine Hake ist hier. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal an einem Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Diese Herzenshaltung. Wisst ihr, warum Jesus möchte, dass wir diese Herzenshaltung haben? Weil das die Herzenshaltung unseres Vaters ist. Er ist selber zu uns so. Und wir sollen anderen Menschen gegenüber auch so sein. So ein weites Herz haben. Springen wir zu Matthäus 18. Da wird das Thema nochmal aufgegriffen. Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus, ich erinnere mich, du hast doch darüber gelehrt. Ich habe es verstanden. Du hast gesagt siebenmal. Okay, also wenn mein Bruder gegen mich sündigt, wie oft muss ich ihm vergeben? Siebenmal? Er hat wahrscheinlich auch eine ganz konkrete Situation im Kopf gehabt. Irgendwie, was weiß ich, sein Bruder Andreas oder irgendwie Johannes oder vielleicht Judas Iskariot, hat ihn so sehr genervt. An einem Tag und immer wieder und immer wieder und sie haben immer wieder drüber gesprochen, über dieselbe Sache, immer wieder. und dann hat einer der Apostel ihm dann gesagt, ja, okay, Petrus, du hast recht, bitte vergib mir, das war Mist von mir. Schon wieder? Ja, oh nein, Mist, bitte vergib mir. Siebenmal? Petrus kommt zu Jesus und sagt, okay, du hast doch darüber gelehrt. Siebenmal reicht doch, oder? Beim achten Mal darf ich ihn doch jetzt richtig in die Pfanne hauen. Und Jesus sagt, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal, siebenmal. Jesus sagt, hey, dieses Rechnen, dieses Aufrechnen, diese Strichliste führen, vergiss es. Das gibt es nicht. Es gibt nicht irgendwann ein Ende. Wisst ihr warum? Weil Gott so gnädig mit uns ist. Deswegen. Das erklärt er dann auch in dieser Geschichte. Aber wir springen ein paar Verse vorher. Vers 15. Da lehrt Jesus auch nochmal über dieses Thema. Und er lehrt es auf eine Weise, wie wir auch als Gemeinde damit umgehen sollen. Denn er hat ja gesagt, wenn dein Bruder sündigt und du weißt ihn zurecht und er bereut es, dann sollst du ihm vergeben. Was ist aber, wenn er nicht hört? Wenn er sich nicht zurechtweisen lässt. Darüber spricht Jesus hier. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist erstmal wieder wichtig, dass er die richtige Perspektive uns gibt. Hey, es geht in dieser ganzen Sache nicht darum, jemanden, der irgendwas falsch gemacht hat, fertig zu machen. Das ist nicht Gottes Herz, nicht Gottes Gesinnung, sondern es geht darum, einen Menschen, der auf dem falschen Weg ist, wieder auf den richtigen Weg zurück zu bringen. Deinen Bruder gewinnen. Man kann dann auf eine Weise zurechtweisen, die den Menschen, den man zurechtweist, eher verhärtet oder mit dem man ihn eher gewinnt. Okay? Und das müssen wir uns vor Augen führen. Eine der wichtigen Sachen ist, zwischen ihm und dir alleine, ohne Zeugen. Gott geht es nicht zuerst darum, dass wir unser Gesicht verlieren. Er weiß, wie schwer es für einen Sünder ist, umzukehren. Und deswegen sagt er, mach es erstmal einfach, du und derjenige. Das reicht. Und dann beginnt, diese wunderbare Gnade Gottes zu wirken, wenn ein Mensch sich auf die Zurechtweisung einlässt und dann umkehrt. Ja, dann wird er irgendwann fähig, auch von seiner Sünde zu sprechen, nicht nur zwischen dem einen, der ihn zurechtgewiesen, sondern im Licht, mit allen. Ja, ich habe mich so vergangen in dieser Sache. Aber Gott hat mir vergeben. Und mein Bruder war so gnädig mit mir und er hat mich so sanftmütig zurechtgewiesen. Ha! Ich bin Gott so dankbar für seine Gnade. Jetzt aber Vers 16. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Also, Jesus zeigt hier einen Weg auf, den wir gehen sollen, um einen Menschen zurückzugewinnen. Ein Mensch, der ein Kind Gottes geworden ist, der Gottes Liebe kennengelernt hat, der Vergebung empfangen hat, der eine neue Ausrichtung in seinem Leben empfangen hat, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen und er ist abgewichen davon. Also versuche ihn wieder zurückzugewinnen. Erstmal alleine. Wenn das nicht gelingt, dann nimm noch zwei oder drei mit dir. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde, der Versammlung, der Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das bedeutet, er ist kein Teil der Gemeinschaft derjenigen, die gemeinsam Jesus nachfolgen und auf dem Weg der Gerechtigkeit Gottes wandeln. Weil er sich verhärtet hat, weil er nicht bereit ist, umzugehören. Geschwister, das ist das Einzige, was wirklich einen Menschen von der Gemeinschaft der Gläubigen trennen kann. Ein unbußfertiges Herz. Ein Herz, was sagt, ich habe Recht, ihr habt Unrecht. Ich habe alles richtig gemacht. Nicht die Bereitschaft zu haben, umzukehren. Das bedeutet nicht, dass damit alles zu Ende ist. Nein, Gottes Arme sind immer offen für jeden Menschen, der bereit ist, Buße zu tun. Und wenn jemand sich so verhärtet hat und sich so aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen hat, selbst ausgeschlossen hat, wisst ihr, auch für den gibt es immer noch einen Weg zurück. Aber es ist ein schwerer Weg. Aber es ist nicht unmöglich. Wenn es um das Zurechtweisen geht, es ist nicht nur Jesus, der davon spricht. Wir haben, die Zeit ist um. Okay. Galater 1. Ich lese einfach nur noch die Verse vor hier. Brüder, wenn auch ein, Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also, ich muss selber auch richtig unterwegs sein. Wenn ich anfange, irgendwie andere zurechtzuweisen und selber total im Fleisch lebe, dann muss ich mich erstmal selbst zurechtweisen. Jesus sagt auch, zieh erst den Balken aus deinem Auge, den du gar nicht siehst, bevor du anfängst, an dem Splitter eines anderen rumzupulen. Ihr, die Geistlichen, wenn du im Geist wandelst, wenn du in der Demut, in der Sanftmut Gottes wandelst, im Geist der Sanftmut, jemanden zurechtweisen, der von einem Fehltritt übereilt wird. Das ist auch was. Paulus versucht uns zu gewinnen und zu sagen, hey, schau deinen Bruder nicht an als den größten Penner und Sünder, sondern sieh ihn an als das, was er ist. Ein Bruder, eine Schwester, die übereilt worden ist von einem Fehltritt. Und dabei gib auf dich selbst acht, dass nicht auch du versucht wirst. Jakobus, Kapitel 5, auch Jakobus spricht darüber und so sind sich viele Quellen hier einig. Meine Brüder, wenn jemand unter euch, Jakobus 5, Vers 19, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so will es, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Geschwister, wenn wir uns auf einen Weg begeben, auf den Weg der Sünde, wir laden so viel Sünde auf uns und Sünde bedeutet Verderben für unser Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass es Liebe einen Menschen nicht in sein Verderben rennen zu lassen, nicht einfach fünfe gerade sein zu lassen, sondern Liebe ist es, die mich dazu treibt, meinem Bruder, meiner Schwester zu sagen, hey, das, was du da gemacht hast, das ist nicht richtig. Hey, du gehst hier gerade einen Weg, der nicht in die richtige Richtung führt. Du folgst Jesus darin nicht nach. Hey, komm zurück. Das ist Liebe. Und daran hat Gott Freude. Wisst ihr, und diese Kultur, die wir haben, diese alles ist egal, alles ist scheißegal, jeder soll doch machen, was er will. Möglichst alle sollen doch ihre Freiheit, das ist das Ideal, alle sollen ihre Freiheit ausleben, wie sie wollen. Das ist lieblos, Geschwister, das ist lieblos. Das ist zwar unglaublich liberal, aber es ist lieblos. Lass uns wirklich von der Liebe Gottes uns erfüllen, wirklich davon erfüllt sein, wie gnädig und barmherzig er mit uns gewesen ist, dass er den Gerechten an unsere Stelle gestellt hat, uns, die wir schuldig waren, wir, er hat uns vergeben, er hat uns Gnade geschenkt. Und er möchte, dass wir in dieser Erfahrung leben, dass wir gereinigt werden von der Sünde und nicht mehr in der Sünde wandeln. Dazu hat er uns nicht frei gemacht von unserer Sünde, dass wir weiter darin leben, sondern dass wir wirklich in der Gerechtigkeit und in der Liebe Gottes wandeln. Vater, wir danken dir dafür und bitten dich, dass du diese Gedanken wirklich tief in unser Herz schreibst, dass wir wirklich verbindlich miteinander leben, dass wir aufeinander Acht haben, auf uns selbst und auf unsere Geschwister um uns herum, dass wir die Menschen nicht einfach in ihr Verderben rennen lassen, auch die Nichtgläubigen, sondern dass wir, ja, dass wir das zu Herzen nehmen. Dein Wunsch ist es, dass wir diesen Dienst ausüben, Menschen auf den rechten Weg zu weisen, zu deiner Gnade hin, zu deiner Barmherzigkeit und Vergebung, dass sie deine Liebe und Barmherzigkeit empfangen können und dadurch verändert und frei werden, Herr. Und auch wir selbst immer und immer wieder, Herr, hilf du uns, dass wir auch ein bereitwilliges, bußwilliges Herz haben, uns zurechtweisen zu lassen. Jesus, wirke du das durch dein Geist in uns. Amen. Amen. Vielen Dank.